Der Mensch möchte verstehen. Wir Menschen sind so sehr daran gewöhnt, unserem Verstand zu vertrauen und alles logisch zu ergründen, dass es uns oft schwerfällt, unseren Gefühlen sowie unserer Intuition den nötigen Raum zu geben. Auch wenn Letztere sich im Nachhinein oft als richtig erweist, so unlogisch sie auch gewesen sein möge. Das ureigenes Streben nach Logik ist wenig verwunderlich, wird es doch gemein als wohltuend empfunden, wenn etwas in sich stimmig ist. Doch ist diese Harmonie sehr fragil, denn die uns verfügbaren Informationen sind oft lückenhaft, einseitig und durch die eigene Wahrnehmung verzerrt. So kommt es, dass Menschen denselben Sachverhalt durch ihre eigene Brille sehen und zu anderen Schlüssen kommen. Individuelle Erfahrungen, Ängste und Perspektiven beeinflussen unsere Wahrnehmung zusätzlich. Dies spüren wir oft insbesondere im zwischenmenschlichen Miteinander. Dadurch leben wir in einer Welt, in der jeder so gesehen seine eigene Wahrheit lebt, die sich sogar sehr schnell verändern kann. Auf die Frage hin, woher wir kommen und was unsere Bestimmung auf Erden ist, geben sich die Menschen viele Antworten. Doch im Reich Gottes gibt es nur die eine Wahrheit. Im Himmelreich fügen sich alle Facetten zu dem einen großen Gesamtbild zusammen. Und alles, was für uns mit unserem menschlichen Verstand längst nicht greifbar ist, macht auf einer übergeordneten himmlischen Ebene Sinn. Wenn wir immer öfter die Fähigkeit kultivieren, unserem Verstand bewusst eine Auszeit zu geben, ja auch zu akzeptieren, dass wir nicht auf alles eine Antwort haben und stattdessen ins Vertrauen gehen. Dann kann sich ein Herzensraum in uns öffnen, der eine tiefere Weisheit offenbart und uns mit Momenten glückseliger Verbundenheit segnet. Dann können wir einen ersten Ausblick genießen auf die ewig göttliche Harmonie, die unser aller Herzen verbindet und uns spüren lässt, Gott ist die Liebe und diese Liebe wohnt in jedem von uns. Gott ist die Liebe, dieses Lied kennen wir wahrscheinlich noch von unserer Kindheit. Wir haben es oft in der Sonntagsschule zusammengesungen, aber auch jetzt stimmt es genauso. Es kann sich manchmal in diesen Zeiten so fühlen, als ob wir ganz alleine sind, aber Gott ist immer da. Natürlich ist es schwieriger, dankbar zu sein, wenn unsere Welt nicht so ist, wie wir es gewohnt sind und wenn wir jeden Tag mit wichtigen Sicherheitsinformationen bombardiert werden. Aber wir können dankbar sein, dass wir auch auf dem Internet zusammen Gottes Wort hören können und seine Liebe spüren. Gottes Liebe können wir auch in unseren Kollegen, Schulfreunden und Mitbewohnern sehen und diese Liebe können wir auch zurückschenken. Wir kennen alle bestimmt das Gefühl, in einer Breakout-Room zu sitzen oder wenn wir vergessen, unseren Mikrofon wieder anzuschalten, bevor wir unsere tolle Idee allen erzählen und eine Stimme lautet sich, um uns zu helfen. Nächstenliebe ist genau das, was wir brauchen und was wir weiterleiten können durch kleine Worte. Vor einigen Jahren wurde mir bewusst, dass ich keine Ahnung habe, was es heißt zu lieben. Ironischerweise war ich zu dieser Zeit gerade verliebt. Aber ich war auch eifersüchtig und enttäuscht, weil der geliebte Mensch sich anders verhielt, als ich es gehofft und erwartet hatte. In 1. Korinther 13, 4-8 heißt es unter anderem auch, dass Liebe nicht eifert und dass sie alles duldet. Wenn ich an meine eigenen Erfahrungen denke, muss ich mir eingestehen, dass das, was ich für Liebe hielt, anscheinend nur die halbe Wahrheit ist. Mehr noch, ich musste erkennen, dass ich das, was im Brief an die Korinther über die Liebe geschrieben steht, so wohl nie erleben werde. Das hat mich erstmal ganz schön traurig gemacht. Aber dann habe ich mich auf die guten Seiten des Verliebtseins besonnen, dachte daran, wie ich meine Neffen als Babys im Arm hielt und habe mich daran erinnert, wie es als kleines Kind war, wenn mich meine Eltern getröstet haben. Und habe mir bewusst gemacht, ja, das gehört ja auch zu meiner Vorstellung von Liebe. Wenn das nur ein Stück des großen Ganzen ist, wie muss es sich dann erst anfühlen, wenn das Stückwerk aufgehört hat und wir alles erkennen, wozu wir in diesem Leben vielleicht noch nicht fähig sind. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!